Sprich Glauben und umgib dich mit Glaubenden. Weisst du, ich denke manchmal, verstehe ich Leute so nicht. Es geht ihnen schlecht und was machen sie? Sie kommen nicht mehr. Weil wir haben irgendwie so eine Tendenz, uns zurückzuziehen, wenn es uns schlecht geht. Wir müssen jetzt alleine sein, währenddem du genau das Gegenteil tun solltest. Du brauchst Gemeinschaft. Du brauchst Leute um dich herum, die dich ermutigen. Du brauchst Leute um dich, die dich erinnern an Gottes Wort. Wir alle brauchen das. Ich brauche das. Ich persönlich brauche das. Nur weil ich Pastor bin, heisst es nicht, ich bin jetzt auf einem Level, da muss man sich um solche Dinge nicht mehr kümmern.